Hi Strand-Uerlauber! Ich bin die Barbara vom Beach Inspector und ich befinde mich heute für euch am Strand von Puerto de las Nieves im Norden von Gran Canaria. Dieser Strand ist wirklich in eine spektakuläre Bergkulisse eingebettet und besteht aus zwei Steinbuchten. Die erste seht ihr hinter mir, die zweite ist da drüben und ist momentan leider wegen Steinschlags gesperrt, aber dort ist es noch natürlicher und noch schöner als hier. Obwohl ihr hinter mir den Hafen seht, kann man hier in einem abgetrennten Badebereich ganz entspannt einfach im klaren Wasser vor sich hin treiben. Ihr seht auch hinter mir die Fähre, die bringt euch von hier express bis nach Teneriffa. Eine weitere Besonderheit ist, dass wir nebenan ein natürliches Schwimmbecken haben, wo ihr ganz in Ruhe nicht im offenen Meer schwimmen könnt. Außerdem gibt es eine Promenade, wo es eine ganz große gastronomische Vielfalt gibt. Dieser Strand ist wirklich perfekt für alle, die den Touristenhochburgen entfliehen möchten, aber dennoch keine weite Wanderung zu einem Strand, der ganz abgelegen ist, zurücklegen möchten, sondern mehr eine Mischung aus beiden haben möchten. Also ein Strand, der im Ort liegt, aber trotzdem Natur bietet.